Das ist der Refrain. Perfekt. Perfekt. Ah. Das ist auch ein Argument für die Kids zu sagen, ich möchte jetzt, ich unterstütze mich. Und die Eltern öffnen da einfach ein paar Ventile mehr und sagen, okay, lauf los, Junge, lauf los, Mädel. Mach deine Dinge in Deutschland. Deutschland, leg deine Karten auf den Tisch. Deutschland, warum verschließt du dich? Deutschland, leg deine Karten auf den Tisch. Wir brauchen nur ein paar. Wir brauchen nur ein paar.